Hey, ihr Lieben, heute gibt es ein Unboxing-Video von einem Tauschpaket von der lieben Anna Whispers. Grüße gehen raus, sie lädt auf ihrem Channel auch, ja, ein Unboxing von meinem Paket, wo, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Auf jeden Fall freue ich mich, heute das Paket von Anna aufzumachen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Das befindet sich in der Trendrainer Works, so wie meins auch. Deswegen würde ich sagen, wir öffnen das erst mal und dann schauen wir ein. So, als erstes ist mir dieser Zettel entgegengesprungen. Da steht drauf, Liebe Tori, ich wünsche dir mit diesem Paket ganz viel Freude und hoffe, dir werden die Dinge gefallen. Dankeschön, Anna, bestimmt. Sie ist wie sie die I-Pünktchen schreibt, bitte. Okay, let's go. Als Instance haben wir Gummis von Invisibobby, nee, Invisibobble. Die Dinger sind ja super cool. Power Women's Essentials Drunk Repairing In einer grauen Farbe. Man kann auf jeden Fall nicht genug Rabende haben. Die gehen immer verloren. Dann kann ich das gleich beim Sport mal ausprobieren. Obwohl, ich kann hier schon ab. Das bin dann ich gleich beim Sport. Und zwar haben wir einen Kugelschreiber. Ein Bergkristall-Kugelschreiber. Bergkristall ist der Edelstein von Gesundheit, Harmonie und Klarheit. Er bestärkt die Kommunikation und das klare Denken. Oh, that's cute. Seit Jahrhunderten werden Steine und Kristalle als Geschenke der Natur betrachtet. Heute wie damals werden sie weiterhin verehrt für die Bedeutung und die Wirkung. Das chinesische Symbol bedeutet für immer und symbolisiert die ewige und dauerhafte Qualität für diesen Kristall. Ich weiß jetzt schon, welchen Stift ich für meine Robles benutzen werde. Ich weiß jetzt schon, welchen Stift ich für meine Robles benutzen werde. Ich habe so einen goldenen und der ist mit so goldenen Glitzer-Bartikel. Also sieht wirklich fast genauso aus. Und ich benutze immer den, weil es irgendwie so mein schönster Kulli ist für Videos. Aber werde ich diesen hier belassen. Seht ihr die Kristalle? Vielleicht, wenn ich das... Ich packe den mal raus. Okay. Ich packe den mal raus. Okay, ich mache weiter. Und... Und... Wir haben hier ein... Supersüßes Notizbuch. Tiny Notes. Das passt nicht zum Stift. Das passt nicht zum Stift. Ich habe das Gefühl, das reicht gut. Das passt nicht zum Stift. Ich versuche es zuerst ein bisschen was sie Das war's für heute. Das war's für heute. Eine Butterfly-Galante. Oh mein Gott, das wird richtig gut passen. Passt auch zu meinem neuen Tattoo. Das ist richtig dumm. So, Schmetterlinge sind voll mein Ding. Ich glaube, wir hängen die gleich auf. Glitzerte auch schön kalt. Okay. 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 Wir streichen da noch ein paar Mal drüber. Bevor ich das aufrege. Okay. 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 redo auf. Okay. Und ich versuche unseren langsamen. Und wie findet ihr das? Das ist richtig cute, oder? Ist schon cute. Ah, das finde ich nice. Danke, Anna. Und weiter geht's. Ich hab da schon was gesehen. Aber als nächstes haben wir ein schönes Rettungsbuch. So eine Mandala. Eidex Mandala. Oh, hab ich gar nicht erkannt. Mit Eidexen hab ich so eine, ähm, so Memories auf jeden Fall. Als sie überall in meinem Schlafzimmer waren. Im Urlaub in Thailand. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich, äh, unnötig viele Notizbücher gekauft hab. Mein Freund jedes Mal gesagt hat, wofür kaufst du das? Du hast doch schon 10.000 andere. Aber wisst ihr, da ist mehr dahinter. Man will es einfach besitzen. Vielleicht schreibt man da mal irgendwann was rein. Seht ihr die kleinen Heidexen? Die kleinen Kekos? Kekos? Obwohl, ne, das sind schon Heidexen, ja. So. 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 Passt auch der Stift richtig gut zu. Ja, gut ja. Okay. Deine Hämmer. Das ist klar, dankeschön. Gutes Robley. So. Ich glaube, Anna hat mich studiert. Wie cool. Das ist so funny, weil ich habe letztens noch gesagt, dass ich momentan Kerzen vollfeier. Oh, Stand and Fuck. Okay, machen wir erstmal ein bisschen noch Teppchen drauf. Und das ist echt schön. Das ist eine schöne Kerze. Richtig. Schmetterlings-inspired. Die Bugs. Sand and Fuck. Inspired on the California Coast. Midnight Blue. Seatress. Also. Ja, Seatress. So schön! Okay, jetzt mache ich das mal auf. Sand and Falk was born of a vision of three women who believed kinders should not only smell good, but look good too. Damn right. We are living proof. We are living proof. We are living proof that the California dream is alive and well. Hoping we can bring light and happiness into your life. Very good. Good morning. Das sind sogar zwei zwei Kerzen, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, müsst ihr mir mal sagen. Brennen. Genau. Sweet. Negendwann rowdy. Butter, Buttermilch, Zitrone, Badesalz. Kann man dran riechen? Ja, so. Probe. Kann nicht viel riechen, aber... ...wetter lieber Neus. Neus Wohl. Neus Wohl. Genieße ein pures Wohlgefühl. Lass es dir gut gehen! Und erlebe eine extra Portion Freude. Aufregende Momente für alle Sinne. Spüre, wie die kostbare Extrakte und dein spritziger Duft von Kopf bis Fuß vom Schmeichel. Ich komme immer noch nicht über die Schmetterlinge hinweg. Auf das Liste freue ich mich besonders. Das Beste kommt zum Schluss. Ich habe noch nie gesehen. Mega Bock drauf. Ich habe dir lieben Anna auch was süßes Hinkbaus gemacht. Es ist was sehr Spezielles. Es kommt aus Bulgarien, aber es ist ursprünglich, glaube ich, türkisch. Oder vielleicht auch, ich glaube, türkisch. Oder griechisch. Schaut mal bei ihr vorrei, was sie zu essen bekommen haben. Ich habe auch nicht gehört. Okay. Okay, ich kann nicht mehr warten. Yummy. Aber ist das süß. Tut voll gut. So, den Rest der Verpackung esse ich auf Kamera. Danke nochmal an Anna für dieses Video, dass wir das machen konnten. Ja, ihr Lieben. Das war's mit dem Video. Es hat Spaß gemacht, ein Tauschpaket zu schicken. Und wie gesagt, schaut bei Anna vorbei. Ihr Video verlinke ich unten in der Infobox. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.